Willkommen 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 zu einer 999999999 Folge von Left 4 Dead 1 im Zweiergewand mit dem Fubar und dem Schnorrer 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 Hallo Fubar! Was? Hallo? 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 Willkommen! Hallo? Wir haben beschlossen wir hüpfen jetzt nur noch Ich hab mal wieder kein scheiß Päckchen abgekriegt ey Ich hab einen genommen Hast du ne Rohrbombe hier? Nimm mal eine Wo? Was? Nehmen doch lieber den Molli, oder? Achso, da war ich nicht gesehen Habe ich nicht gesehen Äh, heißt der? Weißt du eigentlich, das war ja noch ein bisschen Handicapper Dadurch, dass wir mit Wots spielen Nächste, klar Und? Ich hab ne Tonne weggeschossen Ne, weil die ja die Rohrbombe da jetzt nicht aufnehmen, weißt du Das ist korrekt Und was hat das mit dem Handy zu tun? So, hätten sie mal ändern Handicap Habe ich ja Ja, ne ne Handymütze Du bist schon so ne Handymütze Lade nach Oh, das war's ja du Jaaa Machst du öfter mal Lassen, lassen, äh Oh, Jockey kommt? Ja, ja, ich wollte gerade da Ich bin drauf gekommen Lade nach Das Bier kommt in die Blutbahn Hört sich wie ein Hunter an Hunter? Ist er runter, oder? Ja, das ist gut Ja, das ist gut Charter ist da 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 Jaa Der Hunter auch? Ja So Vielleicht solltest du ans MG gehen da Und ich geh da auf die Plattform rechts Äh, scheiß MG Wir haben's fast geschafft Dann geh ich an zum MG Da ist der Landeplatz Ja, dann mit uns gleich Das gleich runter gehen Nicht so lange warten Also erstmal aufs Dach gehen Und die Zombies Mach die erste Aktivierung Kommt ihr? Jaa Lade nach Ich bin gleich da Ich glaub ich bin eben zu tief gefallen Ich bin da Ich werd als Amerikanist da Hey, die sind gar nicht mehr da Nee, ist doch wieder neue Statt Rohrbomben sind da jetzt Molotow-Trakte Spocka hat mich Links oben und nach Links oben und nach So, geht los Hast du? Ich hab' aktiviert Ich hab' aktiviert Molotows Sind da an der Ecke Jo Wer ist da jetzt runter? Ich Ja, ich dachte wir wär' ne Gasflaschen noch rum Dass Zoe gleich runter geht Willst du nicht Hans MG? Immer dafür Da müssen wir nochmal aktivieren Wir müssen nochmal Wir müssen nochmal Überhitzt das jetzt eigentlich auch das MG? Ja Der Heli kommt gleich Jo, die sind alle bei dir, dann passt das Char-Char irgendwo Char-Char irgendwo Ich seh' noch Rack hin Hier, Benji, Char-Char Wo? Oh Ich bin zu, die immer geradeaus haben Da kommt der nicht viel geradeaus Bin jetzt eher links in der Ecke Ist egal Oh, jetzt ist Zoe rüber gekommen Probier deinen Rücken zu decken Oh ne, ist bitter Bin jetzt bei dir mit drin Nein Nein, jetzt hab ich die Wache weg Ich werd' nicht laden Ich werd' nicht laden Scheiße Ich nehm' hier Boomer oder Tata Irgendwas ist da Tata von unten Hab' nicht gekriegt Jetzt hab' ich aus Versehen die falsche Wache entlang Tata ist irgendwo hinter dir glaube ich Oh, passiert Ich glaub' der kommt bei euch gleich die Treppe hoch Neh, wer hier Tot Du musst so gleich der Tank kommen Ach toll, soweit die Linie nimmt, kann ich gar nicht schießen wo die Linie hochkommen Hinter dir ist Action Ich muss jetzt, glaube ich, mal kurz loslassen Die, achso Noch'n Char-Char Und die spitters hier auch Francis ist da Äh, Tank kommt Da ist die Mosa Da Ist durchs Feuer hinlaufen Das kommt bei euch gleich hoch Nicht aus der Map-Core schlafen Ja, ich konnte mich weg Lebst du noch? Ja, geht noch Gerade so Wo ist denn Zoe? Weiß ich nicht Ich denke es down Wo ist Zoe? Das geht nicht Sie schreit Ah hier Genau unter dir Hm, unter mir? Hier liegt noch ein Crit denn Ja, ich heil mich gerade Ja, ich heil mich gerade Ich bin da Ich bin da Na toll Die Lunte brennt Los Ich weiß halt nicht wo ihr seid Ja, ich heil mich Ich war bei nem Hauptgebäude unten links Halt die Daphalter Ich bin da Ja, das sieht schlimmer aus als es ist Wie auf und auf weiter, das wird schon Wie, ich habe die doch gerade aufgehauen? Nö, siehst dann genau Ich glaube, ich bin da 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 Ich hoffe, wir finden den Piloten Wenn nicht Sterben wir wenig Oh, diesmal habe ich einen Millicket Hehehe Ja, süß Ich bin bei dir Was ist denn so? Ach nee, das geht ja gar nicht Wo ist denn hier los? Links von mir Fütter Tot Und wo kommt noch ein Boomer? Boah, das Hey, ich war doch gar nicht in der Server drinne Doch Nee Doch, was? Scheiße Hä? Oh nee Der war genau auf dir Das ist ergeblich Hunter Warst du auch an den Kotzen? Nee Ich leide nach Ich leide nach Nehm, plötzlich vom Boomer Aber das ist leicht, wenn die die Schirrösen die weiter runter schlagen Und wir die alle nach und nach abballern Bist du wieder in Ordnung? Auf jeden Fall leuchtest nicht Und wo ist ein Charger jetzt? Ja bestimmt über uns Ich geh mal hoch, kann sein Ja Ich komm mit Ich hör den Piloten Das gleich wieder zum Dachlaufen Die machen aber Heavy Damage, ey Mhm Diesmal sind unten wieder Kanister Aber hier oben waren ja auch Oh, hat mich runtergefangen Bitte Charger kommt Von gerade aus auch noch Der ist auf dem Dach So Super Sache Ich bin ein Kanisterisch geworfen Start ist unten Jetzt werfe ich Ich werde erstmal die Dinger verteidigen Ein bisschen Also rechts liegen diesmal keine Mollus Die liegen links Wo ist links? Wo ist links? Na links Vom MG links Achso Ich geh nicht rechts auf der Plattform Sondern links So ich aktiviere mal unten gleich Ja Ich muss zweimal ne Hab eigentlich schon einmal Achso Hilfe ist unterwegs Ich glaub's auch Aber es sieht so aus Als gehen wir tatsächlich hier raus Lass mal diesmal alle hier unten bleiben, oder? Ja, bin hier Zitter Is down Oh Zoe ist unten Oh Und was haut mich Hallo Ja, ja, der ist unten Die sind beide runter Ich sprung die Steppen Ja, sie wurde runter Ich So, wo ist er Char Char Von links Und ein Jockey Oh Gott Ich glaub ich auch sonst ist Char Char Star Wo sind die denn? Weiß ich nicht Ich muss mich mal helfen Und gleich schon wieder Ab 0,36 So ist hier oben Wo ist denn Francis? Weiß ich nicht Irgendwas ist auf ihm Scheiße Hunter Er ist tot Er ist tot Der für Robo ist Der für Robo ist Er ist tot Ich glaube Tank Zoe ist auch tot Ah, ich kann gar nicht mitgekriegt Da ist ein Boomer Ach, ne Scheiße, wenn ich die Motti Weiß ich Ich bin so hoch Oh nein Oh Gott, hier ist ein Hunter Wo bist du? Rechtshunterfallen Rechtshunterfallen Der kommt wieder hoch Ich kann ja Ich hab der Hunter fliegt Ich glaub, war das jemals schaffen hier Ich wollt ihr mal Hilfe! Granate! Halt schnell mal sehen Kurve Da ist ein Halt Psycho Und der Tank kam noch nicht mal rein Ah, Spitter 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 down Kommt wieder nach Tank kommt Ich glaube ich bin Ja Ich bin weg Wo bist du? Ja, ich bin tot. Mensch, ey. Ich bin einfach mal Auto-Map-Map-Jump. Ja, dann lass den mal da unten in den Bunker gehen oder so, vielleicht. Vielleicht schaffen wir mit dem. Selbst noch im Bunker. Da, wo wir auf diese Plattform jumpen. Was ist denn eigentlich? Was ist denn jetzt eigentlich? Denn E nach hoch geht das aktiviert und der Rest bleibt hier unten drin. Erstmal. Dann kommen ja nachher ganz viele Tanks. Und du kommst ja nicht zur Plattform. Hast du das schon mal gemacht? Nö. Warum willst du das denn wissen? Das Problem ist, wie soll einer das überleben? Nö. Gegen den Hunter. Nö, ist schon klar, der stimmt dann ja. Ja, aber ich meine, bis zum Aktivieren auch. Ja. Und so war ein Splitter. Bis zum Dachten kann ja jeder mitkommen. Aber dann eben nicht runterbringen lassen. Wie der Hunter da die Treppe runterkommt. Leiter. Mein ich doch. Habe ich aber vorhin auch gesagt. Siehste? Oh, Smoker. Irgendwas anderes noch. Ne, der ist hier oben. Er hat mich eifert. Oh, du musstest natürlich auch hochgettern. Boah, und wieder runtergefallen. Wenn wir alle bis hier hinflickern. So, pass auf. Genau jetzt hier geradeaus unter uns. Da ist Umgang. Da gibts nen linken und nen rechten, Alter. Mhm. Dann sollten wir aber trotzdem die, die, äh... Wie halb ich das war? Den holen. Was? Ich muss jetzt mal... Oh nein, Schatz hat dich. Oh, Schatz hat dich. Wo denn? Wo? Wo denn? Haut oben jetzt. Wann? Das ist das... Alte Scheiße, ey. Oh, Herrlich. 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 Aber wie können denn jetzt von hier unten so viele Zombies kommen? Oh, Herrlich, Herrlich, Herrlich. Herrlich, Herrlich. So, siehs. Folge dir weiter. Hier unten gibts jetzt nen Bunkerengel. Er hat nen Bunker. Naja, Bunker ist Bunker, ne? Problem ist nur, dann kommst du nicht an die Muni und so ran. Ihr habt's geschafft. Jetzt müsst ihr die Stellung halten, bis ich da bin. Nein. Bereitet euch gut vor. Ihr solltet ein geschützt und andere Flüchtlinge... So. Versuch vier ist das, glaub ich, ne? Wenn ihr bereit seid. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Jusendlich erst der dritte? Ne, ne. Wir hatten doch eh schon, äh, seit der letzten Folge. Muss man denn zwischendurch das Funkgerät nochmal aktivieren, ne? Habe ich jetzt. Ne, ich meine, danach... Das ist besser! Na los! Dann müsste das doch aber eigentlich gehen, von der Theorie her. Wenn nur einer geht. Kommen jetzt überhaupt Zombies? Ich sehe nichts. Ja, aber du musst ja dann auch wieder die Leiter hier bis zu dem Hubschrauber kommen. Der Hubschrauber haut dann gleich ab. Der Haley ist unterwegs. Du brauchst nicht, welche Anrufs sind 15 Minuten. Eine durch! 15 Minuten? Spinn' der? Der Haley kommt gleich! Da sind in ein echtes... Ja, in eine Richtung. In echtes sind das 60. Alle Mann, Achtung! Die gucken mich an. Die gucken mich an. Wieso? Aber das hier oft da vorne stehen, gleich. Von meiner Linie. Ja, von der Linie, von der Linie, von der Linie, von der Linie. Vor allem, er schießt ja immer so geil mit der Person. ja wenn er halt nur noch fangt bis jetzt wirkt es aber noch sicher weißt du hier diese special kriegst du auch direkt tot außer den Joggi es ist natürlich glücklos wenn der Splitter genau da hinspritzt ja aber bis jetzt ist er halt mal direkt der Sturm oh der war noch nicht der Charger war der erste der zweite der Acht hat mich veruntergerufen oh diesmal hat sie es geschafft oh die sind ja wieder fast rot ja und Ena ist tot der Schnorrer Ena ist tot oh Tank oh nehmt's weg ach so was schweinig haste komm schon los steh auf als stehlicher einzuweh au das tut immer mehr weh du hast was gut irgendwas Tumas oder irgendwo ich will mir nur Muni holen Tumas down Kit Knight Raider wo sind die denn mit der Bähne? die sind unter dir die sind unter dir die Bähne sind unter dem Boden Francis ist gerade so vom Honophema unproblem hier immer Tocchi Tocchi offensiv offensiv hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir oh fuck auch geil aus ey vor dem noch unbeäcklig ja ok hoffentlich heilt sie so gleich mal wahrscheinlich nicht genau jetzt macht Francis das damit beide gar nichts machen oh er will sie verraten das ist äh guter ne alter äh Jocki Jocki na den kann man ja zum Glück eins nicht kaputt hauen nicht kaputt hauen sonst bist du beim nächsten Fälle verarztet er sie jetzt? nie heilt sie jetzt glaube ich ja gut diese neue Taktik Schlauer muss einfach er hat noch einfach einen Stern genau Tarja oder war das der Tank das ist schon der Tank rennt da der ist hinter dir hinter dir hinter dir nein passt aus nicht mehr wo ist er denn? oh jetzt hab ich auf Zoe geschossen brennt er wenigstens? wie soll ich das jetzt sehen? ja er brennt Zoe ist down wo ist er denn? ist er tot? nein er ist bei den Bannernbei er heilt oh Gott gut er ist down der Heli ist down komm zurück oh für uns ist es runterfallen kommt der da hoch wieder? keine Ahnung die soll mal hochkommen die er heilt sich jetzt gerade ja toll Hunter Hunter wo ist er denn? da hat eristo wo ist er denn? roh wo sind sie denn? wo sind sie denn? wo sind sie denn? wo sind sie denn be одного? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Ja, ich komm nicht klar! Ey, wie bekloppt muss man denn da hin? Das ist doch nicht normal! Oh, herrlich, herrlich! Also, gleich reporten hier! Wer war denn das? Zoe und Franzis, ja? Ey, das ist eine Frechle! Schön, ich mach mir erst mal noch ein Bier auf! Weißt du, das Bier ist gar nicht hier! Dann muss ich mal kurz Headset ablegen! Nee, nee, nee! Ohne Bier geht das doch nicht! Das kann man sich doch nicht mal anschießen! Und Franzis, ja! Ja, das war der Franzis! Das Franzis-Kraner! Das Erding! Da war ich Bier durch die Schalter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter-Rotter Lalalalalalalala, lalalalalalalalalalalalalalalala Da holt's jetzt Bier oder nicht? Source-Warning! Nein! Hä? Mein links ist Appelsturz! Was ist Appelsturz? Na, mein Left for that! Aber du bist doch noch im Game! Na, noch ist es nicht aus! Gott! Da steht nur links oben in der Ecke Left for that 2! Wie den Charakter die ganze Zeit an Deck gestarrt! Oh, Spiele-Fuber hat das Spiel verlassen! Endlich kann ich's mal schocken! Das gerne ist, Bill hat sich jetzt geheilt! Ja, das hat er doch eben... Achso, ich hab mich geheilt, oder? Bill hat Kraft's auch in der Jacke! Ist mir nie aufgerfallen! люс Du 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 oh er ist selber Ah jetzt bin ich ne anderer Hä ne Klar na der putzi hier der war eben die ganze Zeit ein Erdloch Oh scheiße Kommst du klar? Ne Ja doch LOL wie geil ist das denn du bist natürlich wieder vollstürmt der stürmer mir bist du nicht also doch das heißt durch opfern und wir bleiben hier wo sind denn die anderen beiden sind die bei dir? ne ok da ist Nummer 1 hey was macht die denn? ich bin schon auf dem dach oh Francis ist down das gibt es doch nicht wer ist down? Francis hier ist irgendwo ein Charter gewesen oh ne Hunter was ist denn hier los ey ich kann nicht aktivieren glaube wie kannst du nicht aktivieren ist nicht geht nicht das heißt wir müssen da runter der sagt kacke ich drücke nochmal drauf aber geht nicht ja ich komme ich kann hier nicht rein da kommen hier viele Zombies gerade ja die sind alle von mir zu euch da zum loch gelaufen so jetzt bin ich runter probieren wir nochmal wie runter? na ich bin jetzt hier ne ich kann nicht aktivieren ich denk mal ihr müsst hochkommen achso ich bin noch auf hier jetzt hab ich auf dich geschossen toll weike auch aus du bist ein Zombie mit einer Warte los los in den Heli? hä? hä? ich hör das aber warum? wo sind denn die Binnen? geh du mal rein ob du aktivieren kannst was machen die denn da drinnen ey? was die sind da noch drinnen oder was? ja wahrscheinlich nee warten die bis alle bereit sind aber so gestirbt so ist glaube ich auf dem Dach ich kann hier nicht lange bleiben ach schon das ist ja schon mal vorteilhaft das ist ja schon mal einer trug wollen wir unten dann wieder in den Bunker gehen? ja das ging ja ganz gut das ging ja ganz gut ne ich mach hast du ja einen Molo geholt? achso ich hab ne Rohrbombe ok so siehste schon geht's ok dann ist die Taktik schon mal für den Popo ach du sitzt hier schon? ich fokke mich vor dir ich fokke mich vor dir dann fokke du ein bisschen nach links ja ok aber ich fokke mich in der Katze über mich drüber rein hat das jetzt schon aktiviert? mhm aber er sagt du feilt euch achso denn hat das erste Markieren schon nicht funktioniert jetzt ist er unterwegs mhm ich denke du bist bei dir ja der hat doch schon wieder gesagt er steigt rein ja der ist ein Bild gekloppt ja das ist bestimmt noch im letzten Spiel irgendwie ja der ist gerade nah los feilt euch ach du scheiße was kommt denn her ey wollte ich den hier mit seinen Pistolen drin wissen? er hat doch ein Gewehr ja jetzt äh aber wenn einer vorne ist fängst du dir immer zuvor mit dem Pistolen ach du das bitte das bitte halt voll weg vom Stück zum Einger wo war der denn? der kam vorhin nicht Entschuldigung der hat aber schräg reingeschossen der Charger kommt ohja harte Sound ich habe Auffall ich heim mich mal eben obwohl an der Tür ist Boomer ja, aber warum kommt's hier? ich heim mich jetzt ich heim mich jetzt ich heim mich jetzt Boomer tot Smoker kommt gleich bin wieder da guck dich mal hin schieße genauer schau Tje ah der hat genauer mich »Middy« 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 wenn du nachlädst kannst du aber auch ruhig die rohrbombe werfen ich mach ich habe nur noch 133 muni von links hängt der tank der ist da ich nicht komm raus nein schock sie schock sie schock sie bei dir hallo und zurück da ja ja hat er auf mir hand auf mir lebst du noch ja ja der verfolgt nicht mehr aber ich fall auf ihn Ich weiß nicht, wo Franz es liegt. Er bewegt sich nicht. Ah, hier. Okay, fängt sich down. Ich schau, Muni, Muni. Ja, lass sie rücklaufen. Jetzt setzt sie natürlich die Braubombe. Vielleicht uns innen liegen. Oh nein, das ist der Film. Das ist egal. Ich lass wieder unten in den Bunker. Oh nein. Jockey kommt hinter mir. Scheiße. Jockey ist down. Oh, ich komm nicht weg hier. Wo bist du? Ich bin unten links. Hat er? Ich hab's letztens, dass man Brau hat jetzt. Jetzt lauf ich irgendwo unten lang. Jetzt komm ich nur weiter hoch. Ich komm zum Bunker. Okay, ich komm mal, ich komm mal. Scheiße. Ich muss mich aufheben. Wo ist der Francis? Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Scheiße. Scheiße, Scheiße. Oh. Das gibt's doch nicht, ey. Was, alle tot. Jetzt aber den letzten Versuch. Ja. Meine Fresse, ey. das liegt einfach daran aber jetzt ist das sowas von einfach dann kannst du sagen er ist ein wahrscheinlich hat sie ihn gerade ein bisschen eklig ist das hier schon wieso er so viel blut und köpfe ab und ach so stört ich auch sonst immer richtig eklig bist du pazifist oder wo ist denn der boomer hat da genau vor dir das von vollkotz wieder der war doch vorher nicht da oben wird da glaube ich und das dauern bist du ganz oben nein ich bin mir an der ecke der boomer ist aber geil die leiter runter als wenn die das noch könnten weißt du ich glaube die würden da einfach runterfallen was ist da noch irgendwas ist da noch ja der boomer siehst du also geht deine taktik nicht unten bleiben naja der boomer war schon dauernd aber jockey der normal ist halt einfach auf die dächer und fertig so in zwei teams na gut aber das war ja auch schon bei unserem normalen durchspiel nicht grad so einfach der heli kommt klein auch später ich hab ihn nicht auch jockey er hat mich hat mich hat mich in meinem bunker was beim bunker ist er tot nein ich habe noch nein jetzt gleich noch acht ap ich hab grad noch kann ist noch oben was auf dem doch ich hab schon gestartet okay wir sind noch also diesmal auf dem linken dach liegt alles voll vorlos ja ja ach nein ich hab schon wieder ein jockey beim bunker ok mutter ja ok eben davor da waren wir ja ein bisschen drücken ja ich bin jetzt hier um die ecke ich bin jetzt hier um die ecke das ist besser welcher ecke der andere der andere ja genau ach der hunter guck mal der hunter sofort hauen wir müssen nur kein tank sofort äh weglaufen ok hat mich äh weglaufen wäre ich doch nicht so gut wenn ich hier bleibe ich bin wieder zurück bitte ja dann machen wir jetzt links unsicher dann unsicher dann hier ich kann dir nicht lange bleiben warte ich bin verdammt nochmal wenn wir gleich Muni holen dann wirfst du deine Rohrbombe ja hab ich schon hier karte karte da hab ich schon warum warum machst du denn sowas ja warum nicht aber der vordergrund das war echt ausbitter hat rein genutzt ja ja ist du hier nehmen wir tank ich hab aber kein monne ich hab ich hab jockey ja ja das hier ist er oh gott jetzt geht es fremd auf nein ich hab den boomer an scheiße scheiße wo ist er weiß ich nicht ich glaub der bringt die Hand der rennt hinter mir hinterher oder ich weiß nicht wo ach da ist er ist er tot nein jetzt er tot komm Muni holen tot noch einer das Medikit boah splitter der Muni ist halbisch tot dann muss ich das Medikit holen ich hol dir jetzt erstmal ne Rohrbombe wenn es das braucht Hilfe ich meine Waffe Dreck Francis ist tot Bist du zurückgenommen ich hab einen Rohrbomber nein ich hab die Waffe in den nächsten ich auch und meine AK-Flex keine Ahnung wie ich bin ja meine auch lass kommen runter und runter kommst du jetzt ich hab noch ein Paar Rohrbomben hier raus ich bin im Bunker komm mal ich bin da links ist von Einer ich bin von Einer ich bin von Einer ich bin von Einer noch ein äh der Lichter Sie verfreien mich davon Daaaah Ich bin selber gestorben. Wo ist denn Zoe? Die ist hier bei uns. Ich glaube sie halten mich jetzt. Ja sie hilft mir gerade. Legen wir los. 53, 40, 27, 17, oh Gott, jetzt stoppt das Spiel. Scheiße. Und down. Das. Boah, was ist denn jetzt los, ey? Eine Frame. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der Ten kommt. Oh, jetzt geht's wieder. Doelkorn. Ach ja, Doelkorn. Oh Gott. Ja, dann war's das jetzt. Ja. Probieren wir's beim nächsten Mal. Ja. Wenn das heißt, Bier in den Bauch. Ja, hast du jetzt mit? Ach du das? Was? Hast du den geschossen? Nein, das war Zoe. Warum? Na, weil die da draußen wahrscheinlich auf den Zombie geschossen haben. Sehen wir woanders! Sehen wir den Zischofaten. Zischofaten. Ich bin raus! Nein!